Hallo Freunde von Stoff4U, euer Zwirni mal wieder mit den Gewinnern des Stoffe-Blogs im Schlepptau. Ein 25 Euro Gutschein sichert sich die Abdeckung für den Lego Porsche von Anke. Aus unserem Planenstoff Light hat sie einen stylischen Schutz für das heißgeliebte Sammlerstück geschaffen, der sich sehen lassen kann. Der 50 Euro Gutschein geht an Hannelores neuen Wintermantel. Unser kuscheliges Kaninchen-Fell-Imitat sorgt für wohlige Wärme an kalten Tagen. Und ein fetter 100 Euro Einkaufsgutschein geht an Annette, die ein super süßes Kindertippi aus unserem herzigen Karo-Deko-Stoff gezaubert hat. Richtig toll geworden. Das war's schon wieder. Du hast mitgemacht und nicht gewonnen? Dann probiere es einfach im nächsten Monat nochmal. Jeder veröffentlichte Beitrag wird belohnt. Bis zum nächsten Mal. Euer Zwirni